So, das sind die Sieger der ehemaligen Kassen und es wird jetzt hier nur einen Gesamtsieger gehen. Also ein Gesamtsieger wird ermittelt. Wir werden es hier nicht durchplatzieren, sondern wir werden das Ganze sehr simplen machen. Also wir gucken uns das Ganze mal ein bisschen an. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einer Front Double Bice. So, jetzt muss gekämpft werden. Den hoch hat sich im Park. Ja, Jonas! Und von der letzte Seite, bitte. All right. Side chest. All right. Side chest. All right. Side chest. All right. Okay. Rekunde Juni, die Hunde. Jetzt haben wir die Streicher auf den Blutzehnen. I just wanna dance among the stars, I just wanna dance among the stars. Drop double by two, please! Drop! Rear, sorry. 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 Relax. Pause und feine, bitte. Beide. Beide. Rear, sorry. Rear, sorry. Rear, sorry. Rear, sorry. Alright, und jetzt bin ich über eine große Maske los.